So, Moin Moin. Wie ihr mitbekommen habt, kam seit dem letzten Stream nichts von mir. Das hat nichts mit der Thematik zu tun, die ich da besprochen habe, sondern ich habe auch noch angesprochen, dass ich mir eine fette Sommergrippe reingezogen habe. Ja, das ist jetzt so weit, dass ich tatsächlich Schmerzen habe beim Husten. Ich bin ziemlich am Ende. Ich fühle mich wie ein Chicken Ring im Backofen und das, obwohl abends noch flauschige 25 Grad sind und ich schwitze mir einen Wolf. Eigentlich kann ich in der Badewanne aus Eis würfeln baden, bringt aber auch nichts. Bevor ich jetzt weiter meine Gesundheit ein bisschen schrotte, bitte ich einfach darum, das jetzt einfach mal zu akzeptieren, dass wir einfach mal ein ganzes Waldchen Pause machen, dass da jetzt erstmal nichts kommt. Was heißt ein ganzes Waldchen? Ich werde tatsächlich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe walten lassen, um meine Gesundheit wieder in den Griff zu kriegen, damit ich die scheiß Sommergrippe loswerde. Das ist richtig krass. Mit permanentem Kopfdröhnen, man kann sich ja nicht zudröhnen mit irgendwelchen Kopfschmerztabletten, um dann irgendeinen Stream hinzukriegen. Das funktioniert nicht. Das würde kein Streamer machen, das macht auch kein YouTuber, um jetzt Kanal am Laufen zu halten. Das würde ich jetzt auch nicht machen wollen. Einfach um seine Gesundheit zu gefährden. Also für die, die das jetzt hier eine Haupteinnahmequelle wäre, wie die ganz großen für die ein, zwei Millionen Abonnenten, ist das ja. Für die ist das noch ein bisschen anders. Die leben ja davon und das ist ja für die schlecht, wenn sie nichts bringen. Ihr wisst, was ich meine. Nehmt es mir bitte nicht krumm, dass jetzt erstmal nichts kommt auf Sommergrippe. Ich will auch hier unter dem Video jetzt keine gute Besserung lesen oder sowas, sondern das ist wirklich ein Weg zur Information für euch, warum jetzt erstmal nichts kommt. Ich habe mich nicht mal bei Dirk Rohrbach gemeldet im Moment. Der ist in so, so viel Streams beschäftigt und da will ich nicht jetzt noch mit meiner Krankheit auf den Sack gehen und sagen, äh, 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 Chefchen, Chefmoderator, äh, 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 geht gerade nicht. Ja, das will ich nicht machen. Ich will Ihnen auch voll jaulen. Ähm, deswegen ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an Dirk Rohrbach, mein Hübscher. Ich melde mich nachher bei dir per WhatsApp heute Abend auf jeden Fall, wenn ich wieder in der Lage bin, so einigermaßen halbwegs gescheite Worte zu schreiben. Ähm, es wird sich auch ein bisschen was ändern in Zukunft, aber darüber sprechen wir dann in den nächsten Streams. Ähm, für die, die das auch gecheckt haben, einige Streams werden gerade stillgelegt. Das hat, gut, jetzt klingelt das Telefon. Ich, wir klären das im nächsten Stream. Tschau sie mit außen.